Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um den nächsten Deal vom Black Friday 2020. Genauer gesagt geht es heute um ein smartes Heizkörperthermostat, bei dem gestern schon das Starter-Set im Angebot war. Es geht um das smarte Heizkörperthermostat von Meros. Standardmäßig kostet das 44 Euro, heute kriegt ihr es für 28 Euro. Allerdings ist der Deal komplett zeitlich begrenzt, deswegen nutzt er es definitiv aus, solange der Deal online ist. Link zum Deal ist einmal in der Infobox für euch. Dort auch nochmal alle technischen Details, was das smarte Heizkörperthermostat so alles kann, das schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Smarte Heizkörperthermostate von Meros sind total beliebt. Ich bin echt wirklich positiv davon begeistert, weil mittlerweile tatsächlich Meros es geschafft hat, in eine Liga hier aufzusteigen, die es mit den ganz Großen aufnehmen kann. Die smarten Heizkörperthermostate sind zum einen zuverlässig, zum anderen wirklich praktisch und zum anderen auch tatsächlich sehr, sehr haltbar, beziehungsweise die Qualität ist extrem hochwertig. Was macht diese Heizkörperthermostate so besonders? Zum einen das Design, wie ich finde, absolut schick geraten, hier total minimalistisch, viel, viel kleiner als das Standardheizkörperthermostat, was die meisten von euch am Heizkörper haben dürften und dann wirklich komplett glatt. Das heißt, hier kann sich kein Staub festsetzen, was natürlich letztendlich auch die Reinigung deutlich, deutlich erleichtert. Und da habe ich insbesondere die Dinger wirklich über die letzten Monate sehr, sehr schätzen gelernt, weil ich teste die Teile schon eine ganze Weile für euch und muss wirklich sagen, hier könnt ihr definitiv bedenkenlos zuschlagen. Das Einzige, was ihr benötigt, um die Dinger dann tatsächlich auch einzurichten, ist noch der kleine Meros Hub. Den gibt es auch separat oder wie gesagt im Starter-Set, was ich euch gestern einmal gezeigt habe. Ist allerdings nicht der typische Hub, den ihr an einen Router anschließt, sondern er dient als Signalverstärker. Der muss nur irgendwo platziert werden, am besten in die Mitte der Wohnfläche sozusagen und dort einmal mit Micro-USB bepowert werden, dann kann es schon losgehen. Der große Vorteil, den dieser mittler Hub tatsächlich hat, ist, dass ihr kaum Verbindungsabbrüche damit haben werdet. Finde ich erstaunlich, finde ich sehr, sehr gut konzipiert dadurch und hat wirklich Sinn und Zweck dadurch, dass ihr auch unterwegs ohne Probleme eure Heizkörper regeln könnt, Zeitpläne festlegen könnt und auch wunderbar im Diagramm nachvollziehen könnt, wie sie am Ende heizen. Was ich super finde, ist dann ebenfalls die Anzeige der aktuellen Raumtemperatur. Hier haben die Heizkörperthermostate wirklich etwas ganz Besonderes, denn durch die Kopplung mit dem Amazon Echo und dem Google Home habt ihr dann hier auch perfekt ein Monitoring-Tool, welches es euch selbstverständlich auch erlaubt, via Sprache einmal die Heizung höher oder niedriger zu stellen. Ich persönlich bin absolut begeistert von den Dingern. Wenn ihr gestern mein Video dazu gesehen habt, das war das Starter-Set. Hier ist heute das Erweiterungsstück. Im Prinzip könnt ihr mit den Heizkörperthermostaten, mit dem Meros Hub, so viele Raumthermostate wie möglich einspeichern. Von daher, wenn ihr ein großes Haus habt, geht das genauso, wie wenn ihr eine Einzimmerwohnung habt. Für jeden ist das hier die perfekte Kombination und für jeden ist das definitiv auch Praktikat. Wenn ihr Fragen zum smarten Heizkörperthermostat von Meros Hub habt, dann schreibt mir gerne alles einmal in die Kommentare. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Der Link zum Deal ist, wie gesagt, einmal für euch in der Infobox zu finden. Seid da nur definitiv schnell und nutzt das aus. Bis dahin würde ich mich unfassbar freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lasst. Gerne hier auf YouTube ein Abo da lassen, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.